Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Tiny Venoms. Ich bin gerade in den Niederlanden und bin hier gerade mitten im Wald unterwegs. Ich suche mir hier ein paar Gegenstände aus, mal wieder, weil, das habe ich in der Vergangenheit ja schon mal gemacht, Videos findet ihr hier in der Playlist, sind schon einige drin, am fließenden Wasser, am Waldrand, verschiedene Strukturen. Hier bin ich in einer Umgebung, die sehr lehmsandig ist, lehmartig sandig und eine ganz andere Flora und Fauna bietet. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen, um euch mal auch, also ich will sowieso für mich Einrichtungen sammeln und gucken, was ich gebrauchen kann. Ich nehme euch gerne wieder mit, aber auch um zu zeigen, dass es einfach eine komplett andere Struktur ist, die man hier zu fassen bekommt, an Einrichtungen, an Hölzern, an Mosen und so weiter. Schauen wir uns gleich mal an. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier auf einen Weg angekommen, sieht man auch schon hier, dass das richtig Sand ist und Fichten, alles was, was hoch und schlank ist von den Bäumen her. Hier sieht man auch richtig cool, also große Stämme kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen. Hier ist so kleines Fisselkram, was man wahrscheinlich auch sehr gut für Monozentropus bei Vorrio oder alles, was so Netze baut, als Ankerpunkt nutzen kann. Allerdings muss man auch mal sehen, dass es wirklich Totholz, also es ist nichts Lebendes. Hier gibt es so kleine Pfade immer zwischendurch, passen gerade mal so die Füße nebeneinander. Hier auch so verschiedene Gräser und hier, ich betone es immer wieder, ich kenne mich mit Pilzen nicht aus, aber der sieht aus, als wenn da so ein Chiabatta-Brötchen liegt. Naja, mal gucken, was ich gleich so finde. Ich bin mir sehr sicher, dass ich etwas finden werde. Das sieht richtig geil aus, also als wenn man es schon tatsächlich bepflanzt hat. Als wenn man es so nehmen könnte, wie es ist und könnte es ins Terrarium packen. Für eine entsprechende Art natürlich. Also richtig, 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 richtig schön. Und ihr hört das hier wahrscheinlich, es ist alles mordstrocken. Muss man natürlich auch aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, in den Niederlanden mit der Gesetzeslage, Pflanzen, Mose und sowas zu entnehmen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Gesetze dazu. Allerdings entnehme ich die auch nicht. Sondern es geht nur um Totholz, was eh schon am Boden liegt. Und gleichermaßen natürlich auch schon schön durchgetrocknet ist. Echt schöne Ecken hier. Das ist auch richtig schön. Eine richtig schöne Ecke. Man sieht ja auch immer so kleine Echsen irgendwo, die sich gesund haben gerade. Oder verschiedene Insekten und Käfer. Kleine Nagetiere, Mäuse. Richtig, richtig klasse. Ja. Jetzt habe ich hier gerade etwas entdeckt, das augenscheinlich nicht in einen Wald gehört. Ist auch klasse, ne? Dieses Wurzelwerk, aus dem Boden herausgekommen. Gleich mit wo Moos bewachsen. Diese Dinger hier. Das sieht so aus, als wenn das Setzlinge sind oder so. Vielleicht wurde hier irgendwas hingepflanzt. Nee, da unten. Doch. Keine Ahnung. Irgendwie spooky. Immer wenn man was im Wald trifft, was da nicht hingehört, ist es irgendwie, finde ich immer, schon so Anfang vom Horrorfilm. Hier sind übrigens auch noch solche Dinger, also kein Ufo-Landeplatz oder so. Also nicht drüber lachen. Die Stadt Göttingen hat zum Beispiel einen Ufo-Landeplatz. Einfach mal googeln. Oder Link packe ich euch hier unten in die Infobox. Wisst ihr aber, was noch richtig für mich sehr inspirierend ist? Ich sage ja immer wieder, dass ich überhaupt nicht gut einrichten kann. Also wenn ich das damals gesehen habe, wie andere ihre Terrarien einrichten, wenn ich das heute sehe, wie andere ihre Terrarien einrichten. Ich habe da, ich habe mir schon solche Materialien geholt, versucht das so in etwa irgendwie nachzumachen. Aber so richtig, wenn ich das für andere mache, dann gelingt mir das meistens besser als für mich selbst. Ich meine, macht jetzt für das Tier natürlich auch keinen Unterschied, egal ob Schlange, Spinde, whatever. Ich finde es super inspirierend, wenn man so in der Natur unterwegs ist und sich hier einfach mal Eindrücke holt. Also sich solche Stellen anschaut, so eine Anhäufung. Ich kann mir vorstellen, für so kleine Echsen würde ich nie auf die Idee kommen, so kleine Langschwanzeidechsen hätte oder so. in der Mitte so einen Haufen machen und wie so eine Art Sonnenplatz zu errichten für die Tiere. Ich würde, wenn ich das machen müsste, dann würde ich wieder Wasserschale links, Höhle rechts, in der Mitte irgendwie ein Ast, irgendeine Pflanze reingestellt. Total öde. Man kann das so toll machen. Also für die Echsen macht es wahrscheinlich dann tatsächlich keinen Unterschied, solange sie ihre Sonnenplätze haben und alles. Aber es soll ja auch was fürs Auge sein. Und für mich ist das echt inspirierend, wenn man sich aus der Natur mal links und rechts etwas abschaut. Übrigens noch eine Empfehlung für euch. Mir ist das tatsächlich schon passiert. Mit einer Hunderunde mal so querfeldein, dass ich plötzlich nicht mehr so richtig wusste, wo ich bin. Und dann anhand vom Handykompass, der auch alles andere als richtig war, aber so die grobe Richtung wieder in die richtige Richtung rausgefunden habe. Na klar läuft man irgendwo wieder raus aus dem Dickicht, aber man erspart sich so unnötige Zeit. Vor allem, wenn es dann dunkel wird und so. Ja, bin da orientierungsmäßig eh eine Niete. Also man kann mich auch irgendwo im Kreis drehen und dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich bin. So, jetzt komme ich hier auf den Weg raus vom kleinen Pfad. Krass, dass hier aussieht. Ich laufe einfach mal weiter. Schaut euch das mal an. Ist das krass? Man hört hier im Übrigen nicht wirklich etwas. Jackpot. Das hier wäre richtig gut. Aber das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich suche mir mal hier eben ein bisschen was raus und dann geht es gleich weiter. Hier auch schon wieder irgendwie ein ganz anderes Gras. Ganz fest. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kenne mich echt mit Pflanzen überhaupt nicht aus. Und zwischendurch steht hier ab und zu nochmal so Heide und dann ab und zu so trockene Büschel. Und dann wieder irgendwie, ja, richtig Grünes. Stehen ab und zu auch so, ich weiß nicht, ob das Tannen sind dazwischen oder so. Grandios. Man hört hier überhaupt nichts, außer jetzt ab und zu ein Flugzeug mal. Irgendwie was hier drüber wegfliegt. Das ist leider schon zu morsch hier, sowas. Das ist aber so ein halbes Stück in der Länge. Leicht gebogen. Kann man immer irgendwo gut als Klettermöglichkeit nehmen. So trocken, wie der Wald jetzt ist, ich habe jetzt so zwei, drei Stückchen mir in den Rucksack gepackt. Nichts Nennenwertes von dem Haufen. Aber so trocken, wie der Wald jetzt ist, da merkt man mal, dass echt ein paar Fünktchen wahrscheinlich ausreichen werden, um einen Waldbrand zu verursachen. Also ganz, ganz heftig. Ich bin ja auch so diese ganze Bushcraft und Outdoor-Sachen interessiert und mal so draußen Feuer machen und so. Aber hier muss man echt aufpassen. Waldbrände gerade in Frankreich oder in Australien, die es da gab, ganz heftig. Boah, Leute, ich bin voll hin und her gerissen, denn ich laufe hier gerade so querbeet und immer mal wieder rein ins Dickicht. Und ich brauche im Endeffekt gerade gar nichts. Ich sehe aber total schöne Ecken die ganze Zeit links und rechts. Also sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Stücke hinten drin. Nichts weltbewegendes. Das ist das, was man immer so gebrauchen kann für Terrarien, Spinnen, 30, 30, 30, 40. Bisschen Kleinkram. Wie gesagt, nichts Nennendes. Deswegen braucht man nicht in die Niederlande fahren, wollte ich damit sagen. Ja. Jetzt werde ich auch noch abgestraft. Es fängt an zu regnen. Ist egal. Ist nur Wasser. Aber mit so einem Moos bewachsenen Stück und so ist auch recht interessant. Aber ich habe halt gerade keinen Bedarf, sondern ich bin einfach losgegangen, weil ich wusste, dass die Gegend hier sehr schön ist und ich einfach mal schauen wollte, was hier so geht. Aber ja, hier geht viel. Wenn man allerdings auch speziell etwas sucht, dann kann man sich das tatsächlich aussuchen. Aber so auf blind jetzt. Ich gucke noch mal ein Stück weiter. Auf jeden Fall, wenn es nicht gleich einen Monsun gibt. Ja, sowas hier ist auch auf jeden Fall immer eine Goldgrube. Ein eingestürzter Baum. Das sind manchmal echt schöne Stücke. Sowas hier zum Beispiel. So ins Terrarium reingestellt. Für mittelgroße Schlangen. Oder sowas hier. Das ist richtig geil. Das ist ein richtig geiles Stück. Ich stelle das mal hier so hin. Ungefähr so 1,50 würde ich sagen. Gebogen. Außen noch Rinde dran. Muss man aufpassen, ein bisschen hart kontrollieren, ob da noch was geht. Schön großes Terrarium für Haken-Nasen-Nattern oder so. Das da reingelegt, dass sie da drunter können oder da drauf. Perfekte Sache. Oder natürlich gebrochen oder geschnitten dann ins Spinn-Terrarium. Schon schick. Hier ist das rausgebrochen. Das sieht man richtig. Da die saubere Kante. Dann ist das hier rausgebrochen. Das ist das Gegenstück dazu. So saß das da drin. Krass. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Allein schon von der Farbe her ist richtig cool. Ich lasse das mal hier stehen und dann muss ich mal gucken irgendwie, dass ich das mir nochmal abhole. Das wird hier definitiv keiner wegnehmen. Was haben wir hier? Da hat sich aber jemand ein schönes Nest gemacht. Richtig schick. Ist auch richtig nett. Ist schon sehr morsch. Hohes Terrarium. Das da reingestellt. Können super Baumbewohner hinten reingehen. Generell hier. Solche Stücke. Schön. Ist das leicht. Das ist noch fest verwachsen hier. Aber auch schick. Ja, es gibt schon tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Baum passiert sein soll. Krass, 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 krass. Hier auch eine super Höhle. Irgendwo draufgestellt. Erde drauf. Zack. Hat man schon quasi ein Loch angeboten. Entsprechend. Dafür muss man nicht in die Zuhandlung fahren. Oder auf eine Börse oder so. Wirklich top. Und ich werfe es jetzt hier hin. Weil bis ich das, wenn ich das nach Hause bringen wollen würde, wäre es wahrscheinlich eh kaputt. Aber ich muss mal gucken. Ich lege mir das jetzt alles hier mal so hin. Gleich. Und dann muss ich mal gucken, wie das nachher passen sollte. Also in Sachen Sturm muss ja auch einiges gehen. Der Baum da oben abgeknickt. Das hier ist die Krone ursprünglich gewesen. Das ist natürlich alles so groß. Aber von der Struktur her wirklich super. So ein Stück hier für ein Terrarium. Große Echsen, große Schlangen. Das sieht richtig geil aus. Aber muss man natürlich mit dem Hänger oder mit dem Kombi transportieren. Echt schön. Solche Stücke findet man natürlich jetzt nicht nur in den Niederlanden oder so. Das ist natürlich Schwachsinn. Also das will ich auch gar nicht vermitteln. Aber in dieser Waldstruktur, die wir haben, zum Beispiel diese Struktur, wie wir sie jetzt hier sehen oder wie ich sie hier gerade vor Ort erlebe, das ist so sehr Harz auch. Es gibt im Harz Randgebiete. Nordharz und Südharz zum Beispiel kenne ich ganz gut. Das ist super. Also von den Gegebenheiten her ist genau die gleiche Struktur. Also man muss das Land dafür nicht verlassen. Aber es ist halt auch ein Naturschutzgebiet und da ist es halt immer ein bisschen schwierig mit Sachen entnehmen. Oder wenn man Dinge aus dem Wald ins Auto trägt, ist es schon oft vorgekommen, dass da mal ein Kennzeichen notiert wurde. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Weg in Seenähe. Man hört auch schon wieder die ersten Menschen. Das ist übrigens ein reiner Badesee. Kann ich euch mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Da hinten gibt es Menschen. Und hier können wir ein bisschen chillen. Und man kann eine gute Zeit verbringen. Ja, ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Bin mir gerade unsicher. Ich muss das dann auch später erstmal sichten, ob das interessant sein könnte oder nicht. Aber so actiongeladen ist der Kanal hier sowieso nicht. Mit Sensationsgeilheit. Von daher denke ich, passt das auch ganz gut ins Bild, wenn ich mir das nachher mal anschauen werde. Also bis dahin euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir lesen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao.